Guten Morgen, mein Name ist Janik und ich arbeite als Servicetechniker mit Natalero Deutschland. Ich nehme euch heute mit und zeige euch meinen Arbeitstag. Als Servicetechniker habe ich ein festes Postleitzahlengebiet, in dem ich meine Kunden mit Wartungen, Kalibrierungen und Reparaturen von Nestinstrumenten unterstütze. Die Planung hierfür übernimmt unsere zentrale Einsatzsteuerung in Gießen. Die An- und Abreisezeiten zählen bei Mettler Toledo Deutschland als Arbeitszeit. Bei größeren Kunden und Projekten rücken wir das öfteren im Team an. Das Auto, das ich für meine dienstlichen Fahrten benutze, wird natürlich von Mettler Toledo gestellt und ich darf es auch für private Zwecke nutzen. Auch das komplette Werkzeug und das Testequipment bekommen wir gestellt. Unsere Kunden sind darauf angewiesen, dass ihre Wagen genau funktionieren. Daher müssen diese regelmäßig gewartet und kalibriert werden. Als Trusted Advisor vertrauen unsere Kunden unserem Urteil über die Leistungsfähigkeit ihrer Geräte. Auch bei Fragen zu Themen wie Compliance und gesetzliche Regularien haben wir für sie immer ein offenes Ohr. Transport und Weiterbildung stehen bei uns ganz oben auf dem Programm. So konnte ich mich zum Beispiel persönlich weiterentwickeln und als ausgebildeter Industrie- und Labortechniker und auch an Geräten aus dem Bereich Transport und Weiterbildung arbeiten. So lernt man immer mehr dazu und bekommt auch eine Menge Abwechslung im Ursaal-Tag. Als Nachweis, dass ihre Geräte ordnungsgemäß funktionieren, benötigen unsere Kunden Zertifikate. Diese erstellen wir zum Arbeitsplatz und unserer eigenen entwickelnden Software. Hier können wir auch Fragen und Anliegen des Kunden bemerken, die dann an unsere Kollegen im Innendienst weitergegeben werden. Wenn das einmal länger dauert, ist es auch nicht schlimm. Wir arbeiten bei einer 35 Stunden Woche und Überstunden können wir als Light-Site abbauen oder uns ausbezahlen lassen. Ich hoffe, euch hat dieser Einblick in meinem Tag als Servicetechniker bei Mecler Toledo Deutschland gefallen. Wenn du gerne im Team arbeitest, abwechslungsreiche Tätigkeiten, maßlich Chancen zur Weiterbildung schätzt und kundenorientiert denkst, dann bewirb dich doch bei uns. Wir freuen uns auf dich!